den Wanderfalke. Der Wanderfalke hat nicht nur eine beeindruckende Sehkraft, er kann nämlich seine Beute aus einer Entfernung von über 8 Kilometern sichten, sondern dieser kann die unglaubliche Sicht kombiniert mit seiner unvergleichlichen Geschwindigkeit von bis zu über 386 kmh nutzen, was ihn so schnell macht wie ein Formel 1 Wagen bei Höchstgeschwindigkeit. Das Ganze macht ihn ganz klar zum Meister des Luftraums.